hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video sport schilder ein bisschen am rand und macht irgendwelche moves dabei war da unten ist ein tod ist das nicht ein goldenen pannwender sage recht zu hause wieder springen müde hallo es ist eine neue vorhänge nicht schlafen dass der typisch 1 2 3 let's go ich hoffe das hat sich gelohnt ich sehe es hier das spitz und ich sollte daran springen ein pannenwender ich will zurück hey von billiger haben wir es bei mr krebs gemacht hat und jetzt bin ich zu eines der schwierigsten dinge wenn ich das von annie kriegen würde es mich wohnen der moment war was das ist ein anfang an geschaffen bitte war natürlich gedacht und ich das gleich schaffen erst mal draußen mal verdrücken und da ist ein auto sehr wie eine fröhlingskamera kamera und da bin ich zur röhle geschworen und da 1 Da kann ich auch einen Doppelsprung machen, so Oh Hallo Okay, wir zählen mal, wie lange ich brauch 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Neunmal braucht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, Scheiße Okay, 1 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mann Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ich bin wieder zu... Jetzt warten wir kurz Ich möchte das obere direkt bekommen Ich bin wieder zu mir, ist es Ich bin wieder zu mir, ist es Hmm Ähm Magadona hat sie ausgeschaltet Magadona? Magadona? Was? Was? Wetten wir jetzt dort ewig für sich das hinfällt Oh, ja, ja. Jetzt warten Gut Die Position ist ganz zu schlecht Und zwei Beine Boah, jetzt bin ich hier oben Nein Nein, 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 nein Jetzt hörte das mal den Typen, der darf nicht ganz kira Einfach nur von der Position Einfach nur so spielen Wie das Spiel es haben möchte Einfach nur so spielen Wie das Spiel es möchte Okay, so ein bisschen zu Jetzt Wie, 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 was bringe ich da drüber Das will ich doch noch nicht mal Toll! Super! Mann! Mann! Wir waren gerade bei... Oh, wir waren gerade auf 3! Bei 3! Wie steuere ich das? Das springt immer zu hoch, ich kann doch nichts machen! Nein! Oh! Ja, nein! Nein! Okay, okay! Okay, okay! Wie soll ich das aufbaden? Alter! Okay, warten, warten, warten! Und jetzt! Oh! Oh! Ich bin... Aber ich muss nicht wieder unterspringen! Ich werde nicht unterspringen! Ich bin... Ich bin... Oh! So! So! Und so! Dann... Beim U-Bahn bin ich immer zwei Minuten! So! 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 Ich bin irgendwie da... Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Au! weil es ist das wenn ich es hier nicht es ist immer zu weit oben ich weiß nicht wie ich das machen soll ok ich hab's geschafft ich gehe immer auf dieses ding da muss ich an diese teile springen dann funktioniert das theoretisch es war so knapp aber okay 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 ich weiß nicht was ich machen muss zumindest theoretisch nein das war dann wieder zu nein so so oh ich bin schon weit ich meine es ist ja schon seit 20 Minuten jetzt komm alter ja nein ähm also das ist jetzt ganz falsch bin ich denn jetzt nein das ist falsch da drauf ganz so ganz so es war so nah so dann so dann es war so schön gerade 1 2 3 4 ich hab kein bock ich bin jetzt ich mach das deshalb fast 20 Minuten ich bin bereit wisst ihr was es sind eh 10 Uhr 20 erst ich nehme erstmal noch rund und schmessig auf und entspann mich erstmal kurz weil es bringt jetzt nichts mehr wenn ich es glauben warum wir oder man verzweifelt mit diesen Worten würde ich sagen das war's mit diesem Video bis zum nächsten Mal ich hoffe ich habe euch dennoch ein bisschen unterhalten und nein nicht wenn ich tschüss Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal